Ah, eine verpasste Landung. Schön. S2 hat ein unterirdisches Munitionslager geortet. Finden und zerstören Sie es. Okay, eine Auszeichnung. Das haben wir ja schon jetzt öfter erlebt. Vor! Die knacken wir! Fahrwärts, Travers! So, so, so! Entgegenwahl! Hör, Travers! Hör, sie los! Ich schuld, ihr was, Travers! Ob ich da jemanden erwischt habe? Ich glaube es eher nicht. Na gut. Rollert einer mit dem W los. Das geht natürlich nicht. Kack, verrund, da hat Granate! All okay, come on! Alle, Herren! Hör, 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 Hör. Hör, 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 Hör. Ja. Hör, Hör. Auf die Bude! Ja. Ah, von hier aus geht das auch Nein, da bin ich besser geschützt Aber ich muss ja runter Sonst treffe ich das Ganze ja nicht Gut, dass sie da durchgegangen ist Jetzt habe ich mich leicht verarscht gefühlt Okay Okay. So. We need to get a spawn pointer. So. Okay. Weiss wenn ich mich mal hier hinbefehle. Ja. Geil. Mehr habe ich das Gefühl ich müsse mir irgendwie diese Enddurchstellung überrennen. Das Problem ist aber immer kann sie mich überrennen. Vor allem kommt man hier keinen Schritt vorher bei dem Blödsinn. Einfach reinrennen. Sprengen. Wann war es das? Kann man mal eins versuchen. Zwei hat ein unterirdisches Munitionslager geordnet. Bitten und zerstören Sie es. Feuer! Bleibt zusammen! Okay! Okay! Alles okay? Ja, Sir! Entgegenwalt 40! Sanitäter! Himmel! Okay! Okay! Nach da hin. Okay! Ja, natürlich. Hopp! Dann habe ich noch gar nicht. Und alle. So, ich muss ja wohl irgendwo da runter und da hinten rein. Am besten in die zu der Treppe. Die. Nach, äh, am besten ist das natürlich die Kappe hinter dem Geschütz. Hier sollte es auch anders sein. Ah, es war ein Versuch wert. Definitiv. Es war ein Versuch wert. Das hat natürlich nicht funktioniert. Waren zu viele Leute da. Kann ja heiter werden. Wenn man da nicht langsam mal weiterkommt. S2 hat ein unterirdisches Munitionslager geortet. Finden und zerstören Sie es! Das funktioniert doch mal ganz gut. Ah, okay. Wir haben unterschiedliche Stadien. Nein, Travers! Also los! Schau, Travers! Oh! Verdammt! Grenate! Travers, ich hab Hunger! Verrückt, oder? In der Gurg! Oh, ich fahr weg. Ich geh da langsam einmal. Ich fahr weg. Ich geh da langsam einmal. Ich fahr weg. So, ich sollte mich auf der Gurgel fahren. Okay! MG 42 aus! Travers, alles klar? Erwart! Wir müssen weiter, Travers, vorwärts! Hm. Hm. Shit. Okay. Was ist das denn? Wo kommen die denn her? Verdammt! Wer ist denn alle her? Was ist das denn hier? Was ist das denn? Wo kommen die denn her? Verdammt. Das ist neu. Das ist neu. Vielleicht habe ich jetzt unten weniger Probleme. Ich weiß. Unglaublich. So. Ein MG gegen ein anderes? Ich glaube kaum. Ja genau. In dem kleinen Loch schießt du genau durch. Das ist doch echt unglaublich. Das muss nur so heftig sein. So. 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 Wenn ich Glück habe. Nice job. Wow. Gold. Assom. Soll ich die mal laufen sehen? Soll ich die mal laufen sehen? Ist denn... Bin ich die ernsthaft zurückgeworfen? So. Hm. Einen hab ich da mal ausgeknipst gehabt. Genau. Da ist noch einer. Okay. Irgendwann sind wir rausgebrochen. Oh. Ist das dein Ernst? Es steht da nur noch einer von unseren Jungs. Nichts mehr. Okay. Okay. Vorwärts. Genachstremmer. Ja. 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 Wir sind Amerikaner. Nur noch zwei Magazine. Jetzt sollte ich mich ernsthaft mal hier hinten hinbegeben. In den Schutz von MG Feuer. Ja. Oder den Scheiß einfach... ...ignorieren und hoffen, dass ich jetzt hier Glück... Nein, 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 nein. Ach. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich will nicht mal... Ich glaub's einfach nicht. Mann. Was kann denn noch alles schief gehen? Es ist doch einfach unglaublich. Also so langsam ist es echt... ...wirklich, wirklich, 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 wirklich ätzend. Ich mein, dann bin ich schon da unten und auf einmal, zack, stehe ich irgendwo, wo ich mich nicht bewegen kann. Ja, ich hab's auch ein bisschen eilig gehabt. Aber... S2 hat ein unterirdisches Munitionslager geortet. Finden und zerstören wir es. Schlechter Treffer. Das ist laut. Oh.